Herzlich willkommen, ich begrüße alle Gäste sehr herzlich und freue mich, dass sie da sind. Ich begrüße ganz besonders Lea Üppi und Steffen Mau. Ich freue mich sehr, dass wir hier sein können. Jetzt zwei Jahre Corona haben es eigentlich unmöglich gemacht oder fast unmöglich gemacht, hier zu Veranstaltungen zusammenzukommen und an sich ist dieser Raum so schön dazu geeignet und es ist insofern schon fast wieder eine kleine Premiere, dass die Gelegenheit ist, dieses wunderbare Buch hier zu präsentieren und gemeinsam da zu sein. In diesem Sinne freue ich mich wirklich sehr über den heutigen Tag und diesen Anlass. Es ist natürlich andererseits auch sehr schwer heute diese Veranstaltung zu absolvieren, zu begehen, ohne einen Moment auch an diese wirklich historisch für uns alle einmalige Situation zu denken, die sicherlich diese Tage zu jedenfalls für mich und ich glaube für alle und viele andere auch historisch einmaligen Umständen macht, die man sich so nicht hätte ausmalen können und die aber auf eine erstaunliche Art und Weise natürlich doch auch irgendwo es einem möglich machen, den Bogen zu schlagen zwischen dem Buch, um das es heute gehen soll und dem, was zurzeit stattfindet. Nicht in jeder Weise, vielleicht nicht auf geopolitischer, militärischer und anderen Ebenen, aber doch in dem, was es für das Leben vieler Einzelner bedeutet und was es bedeutet, erwachsen zu werden am Ende der Geschichte. Lea Üppi hat ganz bestimmt vielen von uns, mir jedenfalls muss ich sagen, vieles voraus, was den Umgang mit Veränderungen angeht. Wenn man an Zitate aus diesem Buch denkt, zum Beispiel dieses hier, im Dezember 1990 fanden mehr Veränderungen statt, als in allen Jahren meines Lebens davor zusammengenommen. Für einige Menschen bedeuteten jene Tage das Ende der Geschichte, aber es fühlte sich nicht wie das Ende an. Oder wenn sie ihre Großmutter zitiert, wenn man die Zukunft nicht klar erkennen kann, muss man sich auf das besinnen, was es aus der Vergangenheit zu lernen gibt, dann fällt es nicht ganz so schwer, auch einen Zusammenhang herzustellen mit all dem, was gerade um uns herum geschieht. Lea Üppi ist 1979 in Tirana geboren und ich glaube, ich brauche sie im Detail nicht vorzustellen. Ihnen allen ist das bekannt und hat diesen radikalen Systemwechsel in Albanien miterlebt. Und wir haben uns zu dieser Veranstaltung entschieden, zusammen mit Steffen Mau, im Gespräch mit Steffen Mau, weil eben die Erfahrungen, so unterschiedlich sie in vielerlei Hinsicht sind, eben doch auch an vielen Ebenen wieder zusammentreffen. Auch eben als wir draußen miteinander sprachen, dauerte es nur wenige Augenblicke, bis man an ganz vielen Stellen doch den Vergleich und die Ähnlichkeiten herstellen konnte zwischen einem Leben nach dem Systemwechsel in Albanien und demjenigen nach der Wende in Deutschland. Und darum freue ich mich ganz besonders, dass das so zustande gekommen ist. Ich glaube, es ist wirklich eine wunderbare Konstellation, nachdem Steffen Mau mit seinem Buch Lütten-Klein Leben in der Ostdeutschen Transformationsgesellschaft hier schon für wirklich viel öffentliche Resonanz in den letzten Jahren gesorgt hat mit seinen Beiträgen zu diesem Thema. Ich möchte gar nicht weiter einsteigen, sondern gleich an Steffen Mau übergeben, der das Gespräch in einer Mischung aus in deutscher, halb deutscher und halb englischer Sprache führen wird. Ich möchte nur eine Sache noch sagen. Mich hat an diesem Buch besonders berührt, dass es auf wirklich sehr schöne Weise gelungen ist, dass es Lea Yp so gut gelungen ist, auch aus der Perspektive der Kindheit und der Kinder glaubwürdig und stimmig zu schreiben. Das ist nicht einfach, so diese Erinnerungen der frühen Kindheit so zu Papier zu bringen. Und ich glaube, es ist eine unglaublich wichtige Perspektive, die Kinder in den Blick zu nehmen. Ich habe mir jedenfalls in der Corona-Pandemie irgendwann vorgenommen, dass ich möglichst nicht mehr in Diskussionen beisitze, in denen im Grunde genommen über gesellschaftliche Zustände und das, was politisch getan wird, verhandelt wird, ohne immer die Kinder in den Blick zu nehmen. Ich finde tatsächlich, dass die deutsche Gesellschaft da einiges an Nachholbedarf hat. Und darum finde ich es an diesem Buch so besonders schön, dass es gelungen ist, so eine Transformation und so eine Veränderung der Geschichte aus der Kindheitsperspektive zu schildern. Und mehr als nur ein Erinnerungsposten daran, dass am Ende all das, was politisch geschieht und was gesellschaftlich verhandelt wird, dass das alles Dinge sind, die am Ende die nächsten Generationen werden aushalten, ausbaden oder vielleicht auch wiedergutmachen müssen. Als kleiner Erinnerungsposten daran sitzt zumindest heute auch dort meine älteste Tochter, die mit ihren bald neun Jahren interessiert zuhört, was Lea Yp und Steffen Mau zu berichten haben. Nach der Diskussion gibt es ein bisschen was zu trinken und einige Häppchen. Ich bedanke mich schon jetzt ganz herzlich bei Johanna Polli dafür, dass sie Texte lesen wird aus dem Buch. Und selbstverständlich, auch das sage ich schon jetzt, sind Sie alle herzlich eingeladen, ein Buch mitzunehmen. Und damit übergebe ich jetzt erstmal an dich, Steffen, und freue mich auf eine gute Veranstaltung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Jonathan, und herzlich willkommen, Lea. Wie gesagt, wir machen es ein bisschen als Sprachmix, also die Lesung wird in Deutsch sein, ich werde auch in Deutsch sprechen. Lea versteht das und sie antwortet in Englisch oder wie auch immer. Ich denke, wir werden eine Kommunikationsform miteinander finden. Wir würden erstmal mit einem kleinen Text anfangen. Johanna Polli würde aus dem ersten Teil des Buches, vom Anfang, eine Passage lesen. Ich habe mich nie gefragt, was Freiheit bedeutet. Nicht bis zu dem Tag, als ich Stalin umarmte. Aus der Nähe wirkte er viel größer als erwartet. Unsere Lehrerin Nora hatte uns erzählt, Imperialisten und Revisionisten stellten Stalin gern als kleinen Mann dar. Doch tatsächlich sei er nicht so klein gewesen wie Ludwig XIV., über dessen Körpergröße seltsamerweise nie jemand redete. Jedenfalls, fügte sie ernst hinzu, sei es ein typisch imperialistischer Fehler, sich auf Äußerlichkeiten zu konzentrieren, statt auf das, was wirklich zählt. Stalin war ein Riese und sein Erbe weitaus wichtiger als seine Statur. Was Stalin so besonders machte, fuhr Nora fort, war seine Fähigkeit, mit den Augen zu lächeln. Ist das zu glauben? Mit den Augen lächeln? Es lag daran, dass sein freundlicher Schnurrbart die Lippen verdeckte. Und wer nur auf die Lippen achtete, würde niemals erkennen, ob Stalin gerade lächelte oder etwas anderes tat. Doch es genügte ein Blick in seine Augen, stechend, intelligent und braun, und man wusste Bescheid, Stalin lächelte. Manche Leute schafften es nicht, anderen in die Augen zu sehen. Offensichtlich hatten sie etwas zu verbergen. Stalin hingegen sah einen Unverwandt an. Und falls ihm danach war und man sich gut benommen hatte, lächelten seine Augen. Meistens trug er einen unscheinbaren Mantel und schlichte, braune Schuhe. Außerdem schob er sich oft die rechte Hand unters linkere Wehr, wie um sie sich aufs Herz zu legen. Die andere Hand ließ er oft in der Tasche. In der Tasche? Fragten wir. Ist es denn nicht unhöflich, mit der Hand in der Tasche herumzulaufen? Die Erwachsenen sagen uns immer, wir sollen die Hände aus den Taschen nehmen. Nun ja, sagte Nora. In der Sowjetunion ist es sehr kalt. Außerdem, fügte sie hinzu, hatte Napoleon auch immer eine Hand in der Tasche und da hat keiner behauptet, es wäre unhöflich. Nicht in der Tasche, sagte ich schüchtern, in seiner Weste. Zu seiner Zeit galt das als Zeichen für eine gute Erziehung. Lehrerin Nora ignorierte mich und wartete auf die nächste Frage. Und er war klein, ergänzte ich. Woher willst du das wissen? Meine Großmutter hat es mir erzählt. Was genau hat sie gesagt? Sie hat gesagt, Napoleon war klein, aber als Marx Lehrer Hangel oder Hegel, ich weiß es nicht mehr, ihn gesehen hat, sagte er, man könnte den Weltgeist auf einem Pferd stehen sehen. Hangel, korrigierte sie mich. Und Hangel hatte recht. Napoleon hat Europa verändert. Er war ein Wegbereiter der Aufklärung und ein großer Mann. Aber nicht so groß wie Stalin. Hätte Marx Lehrer Hangel Stalin dort stehen sehen, natürlich nicht auf einem Pferd, aber vielleicht auf einem Panzer, hätte er ebenfalls vom Weltgeist gesprochen. Stalin war eine wichtige Inspiration für viele Menschen, nicht nur in Europa, sondern auch für viele Millionen unserer Brüder und Schwestern in Asien und Afrika. Hat Stalin Kinder geliebt? Fragten wir. Natürlich. Mehr als Lenin? Ungefähr genauso sehr. Aber seine Feinde haben immer versucht, das zu verheimlichen. Sie wollten Stalin schlechter als Lenin aussehen lassen, weil er stärker und für sie viel, viel gefährlicher war. Lenin hat Russland verändert. Stalin. Die ganze Welt. Aus diesem Grund wurde die Tatsache, dass Stalin Kinder ebenso sehr geliebt hat wie Lenin, nie offiziell festgestellt. Hat Stalin Kinder so geliebt wie Onkel Enva? Lehrerin Nora zögerte. Noch mehr? Ihr wisst die Antwort, sagte sie mit einem warmen Lächeln. Vielleicht hat Stalin Kinder geliebt. Wahrscheinlich haben die Kinder Stalin geliebt. Absolut fest steht nur, dass ich ihn nie mehr liebte als an jenem nassen Dezember-Nachmittag, als ich vom Hafen zu dem kleinen Park am Kulturpalast rannte. Ich schwitzte und zitterte und mein Herz klopfte so wild, dass ich fürchtete, es könnte mir aus dem Mund springen. Zwei Kilometer war ich gerannt, so schnell ich konnte. Und dann hatte ich den kleinen Park entdeckt. Und als Stalin am Horizont erschien, wusste ich, ich war in Sicherheit. Er stand dort, so feierlich wie immer, mit seinem unscheinbaren Mantel, den schlichten Bronzeschuhen und der rechten Hand unterm Revers, als hielte er sich das Herz. Ich blieb stehen, vergewisserte mich, dass niemand mir gefolgt war und trat näher heran. Sobald ich die Wange an Stalins Oberschenkel legte und versuchte, seine Knie vollständig zu umarmen, wurde ich unsichtbar. Ich atmete tief durch, kniff die Augen zu und zählte. Eins, zwei, drei. Als ich bei 37 angekommen war, hörte ich die Hunde nicht mehr bellen. Das donnernde Stampfen von Stiefeln auf Asphalt war ein fernes Echo. Nur die Rufe der Demonstranten hallten noch vereinzelt herüber. Freiheit, Demokratie, Freiheit, Demokratie. Als ich mich ganz sicher fühlte, ließ sich Stalin los. Ich setzte mich auf den Boden und nahm ihn genauer in Augenschein. Auf seinen Schuhen trockneten die letzten Regentropfen, die Farbe des Mantels war verblasst. Stalin war genauso, wie Lehrerin Nora ihn beschrieben hatte. Ein Bronzeriese mit unerwartet großen Händen und Füßen. Ich legte den Kopf in den Nacken, um zu sehen, ob sein Schnurrbart tatsächlich die Oberlippe verdeckte und er mit den Augen lächelte. Aber da war kein Lächeln. Keine Augen, keine Lippen, nicht einmal ein Schnurrbart. Die Hooligans hatten Stalins Kopf gestohlen. Ich schlug mir die Hand vor den Mund und unterdrückte einen Schrei. Stalin, der Bronzeriese mit dem freundlichen Schnurrbart, der schon im Garten des Kulturpalastes gestanden hatte, als ich noch nicht einmal geboren war. Geköpft? Stalin, über den Hangel gesagt hatte, er wäre der Weltgeist auf einem Panzer. Warum? Was wollten sie? Warum riefen sie Freiheit, Demokratie, Freiheit, Demokratie? Was sollte das bedeuten? Vielen Dank. Ich will jetzt Lea nicht noch mal ausführlich vorstellen. Sie ist im Moment Professorin für politische Theorie an der London School of Economics. Er hat in Rom studiert, an der La Sapienza und an derselben Hochschule wie ich auch promoviert, am European University Institute in Florenz. Wir haben auch noch ein paar andere biografische Überlappungen. Manchmal sind wir uns auch schon auf Konferenzen und Workshops begegnet, wo wir uns auch über Themen austauschen konnten, die uns beide interessieren. Ich erinnere mich an den letzten Workshop am WZB zum Thema Klasse und Klassentheorie, was auch sehr interessant war. Wir haben jetzt eine Passage gehört, wo Stalin eine zentrale Figur ist. Und natürlich kann man an dem heutigen Tag vielleicht auch das Aktuelle nicht vollständig ausblenden. Man hat ja ein bisschen das Gefühl, dass jetzt der kalte Windhauch der Stalinismus mindestens in Russland, vielleicht auch sozusagen in der Ukraine durch den Einmarsch jetzt wieder weht. Also das, was ich damit meine, ist natürlich der Personenkult, es sind natürlich auch Massenverhaftungen, das sind natürlich auch Schauprozesse. Das sind alles Dinge, die man vielleicht in anderen sozialistischen Ländern dann Ende 89, 90 nicht mehr so gehabt hat, sondern die hatten sich verändert. Albanien ist ein ungewöhnlicher Fall, nämlich ein Fall, der frühzeitig den Bruch mit sozusagen der Khrushchev-Ära der Sowjetunion gesucht hat und eine sehr eigenständige, ja letzten Endes stalinistische Ideologie behalten hat. Wenn ich dich jetzt auf diese heutigen Themen mal anspreche, das Buch heißt ja auch Ende der Geschichte. Time Magazine hatte jetzt, glaube ich, gestern getitelt Return of History. Wie beobachten wir Dinge, die vielleicht diesen Erfahrungen, diesen Systemcharakter irgendwie ähneln? Okay, first of all, thank you very much for having me and to everyone for being here. I guess the title of the book was ironic and the irony of the title is, I suppose, exactly what we're observing now in a way in which when the book was written, there could have still been doubts that this was the period of the end of history. And it's also ironic that it's published now here, but also elsewhere, because the effort in the book is that of encapsulating this spirit of these 30 years in which the idea was that this world that was divided between the socialists and the capitalists and the liberals, that divide was no longer there, and Europe at least was one and was dominated by the one ideology of freedom, which ended up winning and prevailing in 1990. And the title of the book is ironic because the book tries to reflect on what these conceptions of freedom were and how they were both in some ways promised in these different systems. First in the socialist period and then in the liberal period, but then also came with their own sets of disillusionments and with their own things that seemed to be one way on the surface, but turned out to be different if you scratch that surface. And I think that's perhaps also one of the elements of the book that resonates with the current predicament is that the effort in the book is to say there is one way in which we observe reality, in which we take it in as filtered by the media, by what we know, by the dominant ideologies. But then when you scratch that ideological surface, things can be very different. And that is perhaps also what is revealed to us in these moments of crisis, like the one that we are witnessing now, is that we think we know something about a part of the world or about a set of ideas or a set of commitments or about particular people or particular leaders. And then suddenly something happens and everything you thought you knew about that people, that collective, that individual, that society turns out to be very different. And response to your reflection on it in unexpected ways, and suddenly you have to readjust your expectations and to readjust your assessments of that society. And this was part of the effort in the book was to try and reflect on this period of both Albania, but also perhaps more widely Eastern Europe under socialism and under capitalism, beyond what seems to be on the surface, the received wisdom about both sets of systems and both sets of societies and give a more nuanced account of what was going on on the ground in both time periods. Das Buch ist eine interessante Mischung zwischen Memoir, Coming-of-Age-Story, aber auch stückweit politische, gesellschaftliche Analyse, vielleicht sogar ein Manifest, jedenfalls zum Ende hin. Aber es gibt uns im Prinzip Zugang zu einem toten Winkel der Geschichte, also zu Dingen, die wir sonst, wenn wir Augenschein nehmen, also die Transformation vom Staatssozialismus oder von einer spätstalinistischen Diktatur zu einer Marktwirtschaft und einer liberalen Demokratie. Das wird ja immer als sehr geordneter Übergangsprozess beschrieben. Klar, es gibt Rupturen und es gibt auch Schwierigkeiten, aber eigentlich ist das Ziel der Geschichte klar. In deinem Buch machst du im Prinzip eine etwas verschobene Perspektive, indem du mit den Kinderaugen, das, was du eben gesagt hast, eben auch erst mal zeigst, dass der Begriff von Freiheit unglaublich wandelbar sein kann, abhängig auch von Ideologien, von Sozialisation, von auch bestimmten historischen und sozialen Erfahrungen. Und das ist, glaube ich, etwas, was das Buch eigentlich breiter anschlussfähig macht. Es ist kein Buch über Albanien, sondern es ist wirklich ein Buch über sehr breite gesellschaftliche Erfahrungen, die viele machen. Was war sozusagen die Ausgangsidee eigentlich des Buches, das mit Kinderaugen zu erzählen? Also keine Erinnerung aus der Jetzt-Perspektive, sondern wirklich zu fragen, wie habe ich damals eigentlich die Welt gesehen und gedacht? Ja, so the reason for that was that I wanted to write a book on freedom, and I knew it was going to be a book on freedom, which was for everyone, not just for political theorists or people who have spent lots of time thinking about freedom. And I also knew that I was going to write about freedom in a divided society and about freedom in divided societies on which there actually isn't agreement on what freedom is. And, of course, of course, I, as an author, have my own views of freedom, but I didn't want to start the book by presenting those views of freedom to the reader and by trying to convince them of a theory or of a model of society that reflects that model, that conception of freedom. I wanted to present the way in which freedom is, as I said, both promised and betrayed in these different social systems through the day-to-day experiences of the characters that live through both the promise and the betrayal. And so, and the book presents different conceptions of freedom through the different characters that animate it, and also the different ideologies of freedom, the way in which it's talked about in a socialist society as the freedom of the collective and the freedom of society as a whole, without which the individual can't be free. But also in a liberal society as the freedom of freedom in a way that should make those individuals more or less indifferent to how other individuals perceive freedom, and so in a way that places the burden of responsibility only on that individual. And the reason for writing from a child's perspective was that it was a book on freedom, and I wanted the readers to be free when they read it. And so without the academic telling them what freedom consists of, but it's very hard if you're someone who is a philosopher or who in their daily life or their other life writes about freedom and writes academic papers, it's very hard to write in a way that doesn't patronize the reader, because you're used to talking about conceptions of freedom and so on. And because the book was going to be this more different kind of literary enterprise, the only way to discipline myself was to force myself to be a child, because then you know that you can't leave the boundaries of your childhood. And so it was to make, to enable the reader to be free in reading the book from the author who works and writes on freedom and researches freedom, it was a kind of disciplining way. So that's one part of the explanation. And the other part of the explanation is that if you're writing about freedom, which is a very contested concept in a very divided society, and you don't want to start by convincing even people who are on the different side of the political spectrum from you, or people who have very different views of freedom, and you don't want to start by imposing them your conception of freedom. So again, to have a child and to have this more naïve perspective on society, which simply records and observes and registers the different ways in which it's being talked about, seems like a good literary device to try and open up a conversation, as opposed to closing it down by saying, this is what I think about the transition, this is how I think this change should take place. And so it made sense from a literary perspective to have this, to have a character that isn't really a character, because there is one character in the book that is this little girl that observes everything and then grows up. And it's, as you said, a coming-of-age story. But the character isn't a character in the sense that the character hardly ever has views of her own. It's often a way of recording the views of other people, the judgments of other people, what they tell her, how they help her navigate this transition and this context and so on. And also in part because the events that the book recounts are so traumatic and it's such an identity breaker at every given stage of her growing up and of the country in which she grows up, that actually no conception of freedom really helps. None of the ones that you find, none of the things that you get told really does much for you to help you navigate, is this a free society or is it not a free society? Is it a lie or is it the truth? And so all of these confusions between appearance and reality are in some ways easier told because in a way childhood and this transition from childhood to growing up is itself a confusion. And so the process of coming-of-age is often a process of sort of growing up and abandoning a set of lies and finding truths and then discovering that these truths aren't so true after all. And so in a way that's just, I think maturing does that. And so, and this is where the parallel is perhaps, this is the last remark on this, the parallel between an individual's coming-of-age story and a country trying to reach maturity in its own political processes of thinking through this conception and these ideals that the people believe are in place or not. Yeah, I think that's been a of it, of the way that is. Yeah, so, I think that's been a, also, from the darstellung, yeah, so, so, unglaublich good gemacht, that from innen to, 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 you know. Also, also, auch nicht, sozusagen, Ex post nach hinten zu schauen. Und auch die, ja, sozusagen, die kinder Augen und die soziale Erfahrung des Aufwachsens in so einem System wird auf eine Art und Weise beschrieben, die erstmal sozusagen die Systemstrukturen hinten lässt. Also ganz viel ist ja die Schule, die Familie, die Nachbarschaft, die Freundschaften spielen eine große Rolle und all das, was auch zu dem System dazugehört, nämlich das Ausspionieren, das Maßregeln von Menschen, sozusagen auch das Wegnehmen von Biografien, das findet erstmal nicht statt. Und das macht das so unglaublich plastisch und anschaulich, wie man in so einem System aufwachsen kann, ohne sofort innerlich in eine Frontstellung zu geraten und in so eine grundsätzliche Kritik zu geraten. Das Buch ist ja auch ein Buch über eine Familie und zwar die Familie Ippi und vor allen Dingen auch dein Vater, deine Mutter, dein Großvater und dein Urgroßvater. Und es gibt ein Kapitel, das heißt Der andere Ippi. Und vielleicht kannst du mal erzählen, wer der andere Ippi war. Ja, so I'll start perhaps with the more general reflection that you made, which is that there are these different sites of socialization and of influence on the individual. And for the first part of the book, you see these different sites all aligned, telling one story to the child. And there's this child that grows up thinking that she's a child that is living in the freest country in the world, which isn't always the richest country in the world or the most powerful country. In fact, it's often quite the opposite. And so there is a child who thinks that she knows that she lives in a society that is completely isolated, cut off from the rest of the world, often undergoing scarcity because she knows that things are often difficult to find and you have to queue for stuff and so on. But there is also a story that places these hardships in context for her. And so the idea is that you live in a country that fights for socialism and fights against both the Soviet revisionists and the capitalist imperialist Americans and so on. And the sacrifices that the country makes are sacrifices that are worth making in the name of global socialism and of advancing this socialist struggle in the rest of the world. And of course this child believes this story and the family does nothing to tell her that it's not true. And because the family sustains and upholds the narrative that comes through the state and the family and the school system and the nursery and so on. Also the verrückte Geschichte, dass die ganze Familie sozusagen Teil einer Conspiracy, einer Geheimhaltung ist und da alle auch mitmachen. Und das geht nicht aufklären. And now, but to come back to the family side of things, there were often moments in my childhood in which there were these mysteries, these kind of glimpses of a reality that could be otherwise, but, and which raised these doubts in the way in which, you know, you wonder if you're a child, how is it possible that, for example, when Enver Hodja died, I had this memory of my parents sitting and watching the funeral on television. And, of course, I had had this terrible day at nursery where we were told that this was the most tragic day for our nation. Everybody was really sad and we all had to cry and I cried and went home crying. And first my grandmother was giving me this pie, this burek, and she kept saying, this burek is so nice. And I kept thinking, but why is she giving me food? Everybody is mourning. The country is, you know, so sad and all they're thinking about is food. And in the evening we watched this funeral procession and I remember watching these hundreds and thousands of people on the streets crying and tearing their hair. And at one point, and there was complete silence in my family. And at one point they started talking about the funeral music and who was the composer of the funeral music. And I was only about five. But again, it was one of these moments where you think, why is everyone talking about the music here when instead of talking about what a devastating loss for the country this is? Another thing that often happened, well, that happened to me when I was young was that my grandmother always spoke French to me. And this was another mystery because I didn't know why I grew up speaking French and why I had this grandmother who had never been to France, didn't have a single relative, didn't speak French with a French accent, but somehow she still spoke French to me. And again, it was one of these mysteries. And the last one, which you mentioned, which was this other UPI, in Albania, the effort against the fascists and the Nazis during the Second World War was really important and a really defining part of the modern identity of the country. And so every 5th of May, which was the day in which we commemorated the heroes of the war, at school, the children were asked to bring examples of family members who had fought in the resistance against the Nazis and the fascists and so on. And the drama of my life as a child every year, year in, year out, was that not only did I not have a family relative to bring into school who had fought against the Nazis, but the greatest disaster was that my father had the same name and surname as a country's former fascist prime minister who was a collaborator and was the head of the equivalent of the Albanian Vichy government. So some government who had kind of given the crown of Albania to the fascist occupation when they came to Albania. And so every year, not only did I not have anyone to say, you know, this was my uncle who helped the partisans or this was my grandfather who fought in the resistance and so on. But every year I also had to explain that there was this other UPI who had the same name and surname as my dad. But, you know, I had nothing to do with him and it was just a coincidence and I don't know why he did these things. It had nothing to do with me. I didn't agree with the fascists. I hated the fascists just as much as everyone else and so on. And again, this mystery eventually was revealed in 1990 where it turned out that this other UPI was actually my great grandfather. But the parents had never, my parents had always concealed this because they were worried that I would go and I would then be known as the granddaughter of a collaborationist and that this would shed bad light on the family and that the family was one kind of dissidents who had been to prison for generations. Basically every member of the family had gone to prison and they had this code language with which they spoke about this past of complete dissidents and rebellion against the government. Wir kommen gleich mal zum zweiten Teil 1990 und folgende. Was mir aufgefallen ist, es gibt ja ein Kapitel, das heißt Coca-Cola. Da geht es um eine Coca-Cola-Büchse, natürlich nicht voll, sondern leer, die einen extrem hohen Sozialprestige hat. Und ich habe in meinem Buch nochmal nachgeschlagen, ich erwähne das auch, dass ich Coca-Cola-Büchsen, auch Pepsi muss ich dazu sagen, gesammelt hat. Das ist ja unvorstellbar heute, dass man das tatsächlich als Sammel- und auch Tauschobjekt sowas benutzen kann. Und hier entzündet sich ein großer Nachbarschaftskonflikt um diese Coca-Cola-Büchse. Albanien war ein bisschen ein Latecomer, also kam ein bisschen später als alle anderen mittel- und osteuropäischen Gesellschaften, was den Umsturz und auch die Demokratisierung anging. Nämlich fast ein Jahr später als die DDR zum Beispiel oder Tschechoslowakei oder Polen. Und auch dort natürlich relativ schnelle Prozesse der Politisierung, der Bildung neuer Parteien, des politischen Engagements, aber auch Maßnahmen der Privatisierung, des schnellen wirtschaftlichen Umbruchs oder der Schocktherapie, wie das häufig genannt wird, was für sich schon ein sehr interessanter Begriff ist, also Operation gelungen, Patient tot, sagt man ja manchmal so im Deutschen. Also sozusagen massive Eingriffe und Einschnitte in den Alltag, in die Lebenspraxis, auch in die Arbeitswelt der Menschen. Letzten Endes auch die Landnahme eines völlig neuen Gesellschaftsmodells. Und was hat das mit den Leuten gemacht? Also wie war wirklich dieses Leben, das ist ja auch für deine Eltern sozusagen eine sehr, ja, vielleicht sage ich das jetzt zu, euphemistisch dynamische Periode gewesen. Aber sozusagen das ist ja etwas, was zu der Schilderung von vielen der gesellschaftlichen Umbrüche in Mittel- und Osteuropa dazu gehört, dass nicht nur die Ideologie wegbricht, sondern im Prinzip das gesamte Sozial- und Gesellschaftsmodell zur Disposition steht und zum Teil eben auch verloren geht. Ja, und eine Sache, die ich in der Bibel erwähne, ist, dass das eine Sache nicht verändert ist, ist diese Idee von Freiheit. Except dass es diese Worte, die Freiheit des Collective ist, die Freiheit des Individuales, die Freiheit des Individuen wird. Und es gibt einen Agenten, die in der Kommunist-Zeit ist die Partei, und dann plötzlich die Konzepte verändern, und die Sprache verändern, und die Sprache verändern, und die Sprache verändern, und in der Liberal-Zeit-Zeit wird etwas wie civiles Gesellschaft. Und es gibt einen Gegenstand, der, zum Beispiel, während der Kommunismus-Zeit ist, Kapitalismus, oder die Bourgeoisie, oder die Imperialisten, und dann in der Post-Communist-Zeit wird etwas wie Korruption, oder es gibt eine neue... All die Kategorien werden durch neue Kategorien verwendet, und die Kategorien zu diesen neuen Kategorien scheint nicht zu sein, wie sie sind in der Art und wie sie verwendet sind, und wie sie sind in der Art und wie sie verwendet sind, um die Realität zu machen. Für meine Familie, das war eine große Veränderung. Eine Sache, die sie entfernt, von ein paar anderen Familien, war das, dass sie nicht mehr wollten, die Lande zu verlassen. Wobei ich war, wir waren, von Leuten von den 90ern, in denen alle wollten, in denen alle wollten, und insbesondere, wo ich, wo ich war, was Düros, auf der Adriatic-Zeit-Zeit, die erste mass-wahl von emigration zu Italien, und die Leute konnte, literally, nach dem Porten, grab ein Boot, und gehen zu Italien. Das war sogar bevor, die Menschen zu schnauern, wurde ein Unternehmen. So diese Boatsen waren da für frei, und die Leute einfach nehmen sie, und gehen auf den anderen Seite und fragen, für politische Asylums. Aber meine Teenage-Zeit-Zeit waren auch wirklich von dieser Transition, von leben in einer komplett closed Gesellschaft, in der man hätte, wenn man sich verletzt, wenn man versucht, die Grenzen zu überlassen, zu leben in einer Port-Town, wo es, in den ersten Jahren, von 1991, wenn die Systeme verändert hat, es war möglich für jemanden zu gehen, und gehen auf den Port-Town, und einfach in Italien, wo, sehr schnell, sie kamen von ihnen als heros aus, weil sie kamen von dieser Eastern-European, closed Gesellschaft, die kamen und die Dissidents erzählten die Wahrheit, was es war und wie horrible es wirklich war, zu werden, zu werden, okay, jetzt die Systeme verändert hat, so you're not really a political asylum seeker anymore, now you're an economic migrant. And if you're an economic migrant, a whole different range of things happen to you, you get sent to a detention camp, you get turned back. A number of Albanian boats in those years capsized, from when they left the port, they didn't actually even make it to Italy, and so there were a lot of, especially in 1997, which was this period of quasi-civil war in Albania, where there was this boat that had drowned with hundreds of women and children, including very small babies, drowning. And so for me, this was a time of really questioning what freedom means, including, for example, freedom of movement, which was this idea that freedom of movement is to be able to leave your country and not to be shot at the border. And then suddenly it was the freedom to go somewhere else, but to be turned back very quickly because you were seen as a, you were perceived as a, as a danger. And so it was a time in which the categories changed, except for this one, this one idea of freedom and, but also of questioning what it really meant. If it's, it comes packaged with one set of discourses on the society that you leave. And then there's a different set of discourses. And for my family, it was difficult. It was different because my parents who had grown up, both were born during communism and had lived their entire lives without ever having left the country under communism, then experienced this attempt to give justice to the former victims of communism. And so my father, for example, very quickly became the CEO of the Port of Douros. And my mother was involved in politics in this first opposition party in Albania and had very prominent positions. But for them, it was also difficult because they had learned and they had internalized these categories. And, you know, my father, for example, was very sensitive to questions of social justice and solidarity and so on. And then he was on the side of those who had to be responsible for firing people. And he was responsible, for example, for firing a lot of workers at the port. And this he found extremely difficult because there was this idea that suddenly this one person is in a leadership position, has to make decisions. These decisions will affect hundreds of other people around him. And yet there are decisions that are need to be made because of the whole new side guys changing and the categories being different. And so so all of them had their dilemmas and all of them had their struggles of adaptation. Some of them accepted them more easily, like my mother, because she was a committed libertarian and believed in this kind of very individualistic conception of freedom. And the fact that, you know, if there were costs from the transition, then these costs just had to be absorbed by the individual. And that's what it took. And for my dad, it was much harder because she he couldn't bring himself to adjust to this new reality and to the fact that he was making these decisions. And for people like my grandmother, it was different yet again, because she had experienced these transitions in her life in the move from one system to the other. And so, yeah, each of them had their own ways of surviving and adjusting. I think that this experience of the exodus, of the massenauswander, is, I think, very central for many middle- and osteuropäischen countries. We know from Bulgaria. 20% of the population is lost in Romania. So, in Albanien, so ähnlich. Auch in Albanien ist es ja der Fall gewesen. Und diese Menschen mussten ja erfahren, dass sie im Westen, ja, vielleicht sind sie hingekommen, haben auch eher zum Teil ihr Leben riskiert, aber der Westen, der lange sozusagen Reisefreiheit und Freizügigkeit gepredigt hat, sozusagen auch das Wort Freiheit so zentral gestellt hat, in dem Moment, wo sie dann nicht mehr eingeschlossen waren, natürlich auch die Tür vor der Nase zugeworfen hat. Das ging ja vielen so. Also für Tschechien und für Polen gab es dann plötzlich, wenn sie nach Österreich oder nach Deutschland fahren wollten, plötzlich eine Visumpflicht, die es während der kommunistischen Zeit eben oder der sozialistischen Zeit gar nicht gab. Also es wurden einfach viele Möglichkeiten der Freizügigkeit erst mal wieder zurückgenommen. Und diejenigen, die dann gekommen sind, das schilderst du ja auch an vielen Fällen, sind häufig zur Unterklasse Westeuropas geworden. Also mit auch zum Teil sehr berührenden Schicksalen. Also dann als Reinigungskraft in die Prostitution, in den Menschenhandel hineingekommen. Also in sehr, sehr prekäre Situationen, die natürlich im Prinzip die Schatten der Freiheit, die Freiheit eben auch immer wirft, unglaublich lang werden ließen. Also eine Erfahrung, die mit diesem Begriff des Türenöffnens, des Heraustretens, des Emanzipierens plötzlich nichts mehr zu tun hatten, sondern eine Situation der Ausbeutung und auch der Unterwerfung letzten Endes geschaffen hat. Und das, finde ich, ist in dem Buch unglaublich gut dargestellt, ist wirklich beeindruckend. Und das ist eben eine Perspektive, die man mit so einer westeuropäischen Brille häufig gar nicht hat. Ja, und ich denke, vielleicht der größte Schock für die Menschen, die aus der Osten kamen, war das, dass, während der Kommunistischen Zeitung, und das ist etwas, das ich denke, ist nicht genug darüber gesprochen, ist, dass, während der Socialistischen Zeitung und Kommunistischen Zeitung, wenn sie nach der Westen kamen, sie sagten die Wahrheit über die Systeme, in denen sie lebten. Und die Fehler, die sie beobachten, waren die Fehler von diesem System. Und diese Fehler wurden hier als Warnungsmodel für die Mitglieder der Westen der Gesellschaften zu sagen, dass, wenn man left-wingen Freiheit will, das ist das, was es sein wird. Es wird das, was das ganze Welt sein wird. Und dann, übernommen, sie kamen, und die Fehler von diesem System, weil das System nicht mehr ein Wettbewerb war, wurden vergessen. Niemand spricht über das System mehr. Niemand spricht über die Regeln. Sie waren alle internalisiert von den individuellen. Und so, plötzlich, Sie kamen nicht aus einem falschen System mehr. Sie waren ein falschen individuell. Wenn Sie nicht gemacht haben, in der Westen, es ist weil Sie nicht genug waren, oder weil Sie hatten values, die Sie nicht mehr integriert haben, oder weil Sie hatten eine Kultur. So, alles, was es zu sein, dass Sie kommen hier und sagen, hey, look, ich komme aus Kommunist-Albanien. Und das war, dass Sie ein hero sind, weil Sie kamen aus Kommunist-Albanien. Sie haben diese große Herausforderungen. Und dann, all became Ihr eigenes Problem. Ich habe eine sehr gute illustration, actually, von dieser Geschichte, das ist nicht in der Bibel. Ich habe eine Minute zu erzählen. Ja, sure. So, da war es, und ein Freund von meiner Freundin in Albanien. Da war ein Mann, der Sofie war ein Kind von einer Sofiein-Albanien und einem Albanien-Albanien, die Kinder von Sofiein-Albanien wurden rechtzeitig zuhause, vor dem W radioıyorum mit der Sofie Union, da waren sehr watcht worden. Und die Polizei waren hinter ihnen, da war etwas hinter ihnen. Da war es nach ihm und an, wo sie ihn hatte. Und bei einer Zeit, wurden sie versucht, ihn zu holen. Und sie konnten nicht finden an irgendeineipple bei dem, das goal ist, warum er zu gehen. to prison but eventually they find this cd of joe cocker in his bedroom because he was listening to joe cocker and he loved joe cocker and so on and so he gets to and they say is this yours and the guy says yes it's mine do you listen to joe cocker yes i listen to joe cocker and he goes to prison ends up 10 years in prison until the wall falls and then he system changes in albania and he's released from prison and then he's like his greatest dream is obviously you know he's in the west and he wants to go to joe cocker concert because he's gone to prison for 10 years for the sake of joe cocker and then he makes it to this concert and is you know eventually goes and asks like can i meet joe cocker you know i had this life and i want to talk to him and i want him to sign my cd which he still had saved throughout this period of prison life and so on and then he and then he meets joe cocker and he says joe my friend i've been in prison for 10 years and i have your cd here and can you sign my cd and joe says we've all been there we've all done drugs let me call the police and this guy goes to police station again to try and say look i'm not mad i'm not like i really did go to prison because of joe cocker and so on so and i think this is a really powerful illustrator i heard this story after i had written the book so i didn't i couldn't write a chapter about this but it really was an illustration of how you know there's this whole system and you were a man that came from a system and then suddenly the system was gone and you were just a madman you know your failures or adapt or the things you said the codes you used didn't make sense and wouldn't be didn't fit and then you just didn't fit it was just you who stood out and i think this is the experience of a lot of people from the east who came to the west we have so an identical discourse in the 90s in dutchland also that one so bestimmte persönlichkeits eigenschaften leute die eben aus ostdeutschland kommen werden auf eine bestimmte art und weise charakterisiert die haben wir von marktwirtschaft keine ahnung sehen sowieso nicht durch und angela merkel kann nicht mit messer und gabel essen und so weiter also so solche solche geschichten die auch als entwürdigend empfunden wurden hier ist es ja sozusagen dass das 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 gesamte Modell eben auch als neues ökonomisches Modell kommt. Und ja, das heißt natürlich auch, dass man sich den Gelegenheiten des Marktes aussetzt. Und das Buch kulminiert ja in 1997, den sogenannten Lotterieaufstand. Ich weiß gar nicht, ob man das in Albanisch auch so nennt. Also eine tiefe wirtschaftliche, soziale, politische Krise mit Aufständen auf der Straße, auch mit Waffengebrauch, mit schweren Auseinandersetzungen, auch nochmal mit einer starken Auswanderungswelle, wo eine neue Klasse von unerfahrenen Bürgern entstanden ist, die versucht haben, ihr Geld anzulegen und dann zu gewaltigen, enormen Versprechen große Zinssätze bekommen sollten oder erwartet haben und dann in solche Kettenbriefsituationen hineingeraten sind. Und das System bricht dann irgendwann zusammen. Und das beschreibt aber gleichzeitig, dass eine Gesellschaft sich von in relativ kurzer Zeit unglaublich stark umorientiert hat. Investition, Vermögensmehrung treten eben an die Stelle vielleicht von Solidarität und von Nachbarschaft, bis dieses System insgesamt die Gesellschaft zerreißt. Also das zu einem Kollaps letzten Endes führt, bis auch internationale Truppen dahin kommen und für Ordnung sorgen sollen. Also vielleicht kann man das nochmal beschreiben. Was ist da eigentlich passiert 1997? Ja, so again, this was one of these things where you do what you're told and then it doesn't work out in the way in which you are told it will work out. So the great promise of the 90s was this idea that, you know, you have to go through shock therapy, this very quick wave of opening up to markets, liberalizing and privatizing everything, taking the costs and accepting the sacrifices that this wave of reforms required for the sake of some future freedom that would be delivered to everyone. And the categories with which the changes were described were exactly, you need to save and invest money, you need to make sure that the individuals are responsible, you can, if you take responsibility and if you make sound investments, this will, you know, your wealth will increase and we need to get out of this model of, you know, people used to lend money to each other, for example, or there were these ways of pooling resources, which are in the absence of financial sector, you were just relying on friends and neighbors and now all those transactions became anonymized. And the thing that really exploded in the mid 90s was there's what was later called pyramid schemes, this idea that there was a financial companies which said to people, if you invest money, we will pull the money together and then you will, for a very high return, get much more than you put in. And everybody believed this and they had no reason to doubt it because they were never told that it cannot work. It was the only thing that was said in the media, in the discourses was save and invest money. Albania needs to be like the rest of Europe. We need to develop the financial sector. We need to become a capitalist country. And whenever people I remember in my family raised questions around, well, how does this work? You know, how does this model, you put a lot of money and they promise you a lot of return, but how is this sustainable? And I remember my mother who was like the free market capitalist in my family, she was to say, well, you know, and my dad would say, well, what if everyone in the bank asks for their money back at the same time? And my mom was like, well, why would they ask for the money at the same time? This is not how banks work. You know, they work on trust. And if people have trust in the bank, then they just keep going. So, and eventually in 90s, and this was of course a caricature version of what it thinks, how it might've been working elsewhere or without the guarantees. But my point is that if you're in a society that has these seven years to make these adjustments and all you tell people is you need to save and invest money and become like the rest of Europe and integrate in the financial sector and so on, and they just do it. What happens is that eventually the whole system collapses. Everybody does start asking for their money back and it's unsustainable. And you're on the brink of civil war because then everybody's got weapons and the state can't keep up and can't guarantee law and order anymore. And then there is this kind of general collapse of trust, but also more generally, it's a time of great fear and anxiety and insecurity. And I think also of loss of hope in the future because there is a sense that you had one go at making a system change and it didn't work out exactly. And now you're in this new system and you know it's not going to work exactly either. But what do you do? It's as though you, in your horizon, you also have no sense of alternative and no, and this is where I say in the book, when I compare these two changes that I experienced within these seven, eight years, in the one case, you have a system change, but there is hope. And in the other case, you have a system breakdown, but there is no hope because there is no sense of what is the alternative to which you're moving forward. And this was very much the sort of generalized impression, which I think is maybe also what explains when I reflect on this with my friends from Eastern Europe, a kind of sense of nihilism and skepticism and just pessimism about everything that you encounter when you talk to people is this idea that we've tried everything and it's all rubbish. You can change the system, you can change people, you can change what you like, but actually nothing is going to change and this sense of incapacity to respond to circumstances that you encounter everywhere. Wir sind ja schon fast am Ende. Ich habe hier unglaublich viele Zettel reingemacht. Ich habe das Buch im letzten Jahr schon auf Englisch gelesen. Jetzt gibt es diese fantastische Übersetzung, ist auch eine ganz tolle Übersetzung geworden. Und es sind so unglaublich viele auch sozusagen Parallelen und Perspektiven, wo sich ja auch unsere Bücher gut treffen. Wir hören jetzt noch zum Ende nochmal ein Kapitel, das allerletzte Kapitel in dem Buch. Gelesen wieder von Ion Napoli. Das ist eine Reflexion des Begriffs der Freiheit, genau mit den Ambiguitäten und den ja auch verschiedenen Schattierungen, die du erwähnt hast. Und ja, letzten Endes auch eine große Frage an den Freiheitsbegriff, ob diese Sicht, die sozusagen im liberalen Modell häufig propagiert wird, ob die nicht zu einfach ist und ob die nicht vielleicht auch die soziale Seite, die zur Freiheit dazugehört, ein Stück weit übersieht oder in einen toten Winkel stellt und damit vielleicht auch nicht berücksichtigt, was für andere Bedingungen des Lebens überhaupt notwendig sind, um Freiheit auszuhüben und sich als frei auch zu empfinden. Und wir würden dann danach vielleicht das öffnen. Vielleicht gibt es noch zwei, drei Fragen. Wenn nicht, dann würden wir in den informellen Teil übergehen. Aber jetzt hat Johanna Prolley erst mal die Möglichkeit, das zu leben. Epilog Jedes Jahr beginne ich mein Marx-Seminar an der London School of Economics damit, dass ich den Studierenden erzähle, viele Leute hielten den Sozialismus für eine Theorie der materiellen Beziehungen, des Klassenkampfes oder der ökonomischen Gerechtigkeit. Doch in Wahrheit sei er von etwas viel Grundlegenderem beseelt. Der Sozialismus, sage ich, ist vor allem eine Theorie über die menschliche Freiheit. Darüber, wie geschichtlicher Fortschritt zu denken ist. Wie wir uns den Umständen anpassen und gleichzeitig versuchen, uns über sie zu erheben. Die Freiheit wird nicht erst dann geopfert, wenn andere uns vorschreiben, was wir sagen, wohin wir gehen und wie wir uns verhalten sollen. Eine Gesellschaft, die von sich behauptet, jedes ihrer Mitglieder könne sein Potenzial entfalten, die es aber nicht schafft, jene Strukturen zu ändern, die einen Teil dieser Mitglieder vom Erfolg fernhalten, ist ebenfalls repressiv. Und doch verlieren wir trotz aller Zwänge nie unsere innere Freiheit. Die Freiheit, das Richtige zu tun. Mein Vater und meine Großmutter haben nicht mehr erlebt, was aus meinem Studium geworden ist. Nach seiner Zeit als Abgeordneter wurde mein Vater von einem privaten Arbeitgeber zum anderen weitergereicht und jedes Mal schob er seine Entlassung auf sein schlechtes Englisch, später auch auf seine rudimentären Computerkenntnisse. Um ihm die Jobsuche zu erleichtern, bezog meine Familie eine Wohnung nahe dem alten botanischen Garten in der Hauptstadt. Inzwischen eine der am stärksten von Umweltverschmutzung betroffenen Gegenden des Landes. Sein Asthma verschlechterte sich. An einem Sommerabend, kurz nach seinem 60. Geburtstag, erlitt er einen heftigen Anfall. Er eilte ans Fenster und riss es auf, um Luft zu bekommen, stand aber augenblicklich in einer Wolke aus Kohlenmonoxid und Staub. Die Rettungssanitäter konnten nur noch seinen Tod feststellen. Als es passierte, war meine Mutter in Italien. Meine Eltern hatten sich wieder versöhnt. Trotzdem arbeitete sie zeitweise immer noch als Pflegerin oder Putzkraft im Ausland, um unsere neuen Schulden abzutragen, während ihre Geschwister in Albanien blieben und dem beschlagnahmten Eigentum nachjagten. Ihre Bemühungen, die meine Großmutter immer als Zeitverschwendung abgetan hatte, wurden wenige Monate nach Ninis Tod, die meinem Vater gefolgt war, von Erfolg gekrönt. Ein großes Grundstück an der Küste wurde an einen arabischen Immobilienentwickler verkauft. Und unser Schicksal änderte sich über Nacht. Ich musste nicht mehr jeden Cent zweimal umdrehen und auf die Auszahlung der nächsten Rate meines Stipendiums warten. Ich konnte essen gehen, bis spätabends in der Bar sitzen und mit meinen neuen Freunden von der Uni über Politik diskutieren. Viele dieser Freunde waren selbsterklärte Sozialisten, westliche Sozialisten, um genau zu sein. Sie sprachen von Rosa Luxemburg, Leo Trotzki, Salvador Allende und Ernesto Che Guevara, als wären es weltliche Heilige. In der Hinsicht ähnelten sie meinem Vater. Alle Revolutionäre, die sie für bewundernswert hielten, waren ermordet worden. Wie Ikonen sah ich sie auf Postern, T-Shirts und Kaffeebechern, fast wie die Bilder von Enver Hoca aus meiner Kindheit, die bei den Leuten im Wohnzimmer herumgestanden hatten. Als ich sie darauf hinwies, wollten meine Freunde mehr über mein Land erfahren. Sie fanden aber nicht, dass meine Geschichten aus den 80er Jahren in irgendeiner relevanten Beziehung zu ihren Überzeugungen stünden. Dass ich das Etikett sozialistisch meinen Erfahrungen ebenso aufdrückte wie ihren Ansichten, fassten einige sogar als Provokation auf. Einmal besuchten wir am 1. Mai ein großes Open-Air-Konzert in Rom. Und ich konnte nicht anders, als an die Demonstrationen zum Tag der Arbeit zu denken, wie ich sie als Kind erlebt hatte. Was ihr hattet, war ja nicht wirklich Sozialismus, sagten sie mit kaum verholener Gereiztheit. Meine Anekdoten über den Sozialismus in Albanien und meine Vergleiche mit dem anderer Länder, an dem unser Sozialismus sich maß, tolerierten sie bestenfalls als peinliche Kommentare einer Ausländerin, die immer noch dabei war, sich zu integrieren. Die Sowjetunion, China, die DDR, Jugoslawien, Vietnam, Kuba, auch sie waren nicht wirklich sozialistisch. Man betrachtete sie als die verdienten Verlierer eines historischen Wettstreits, in denen der wahre, echte Titelanwärter erst noch eintreten musste. Der Sozialismus meiner Freunde war klar, hell und in der Zukunft. Meiner war chaotisch, blutig und aus der Vergangenheit. Und doch, die Zukunft, die sie anstrebten und die die sozialistischen Staaten einst verkörpert hatten, griff auf dieselben Bücher, dieselbe Gesellschaftskritik und dieselben historischen Figuren zurück, nur dass sie diesen Umstand zu meiner Überraschung als unglücklichen Zufall betrachteten. Alles, was auf meiner Seite der Welt schiefgelaufen war, ließ sich mit der Grausamkeit unserer Anführer erklären oder mit der einzigartigen Rückständigkeit unserer Institutionen. Meine Freunde glaubten, nur wenig daraus lernen zu können. Es bestand keine Gefahr, alte Fehler zu wiederholen, kein Grund, über das Erreichte nachzudenken oder darüber, warum es zerstört wurde. Ihr Sozialismus zeichnete sich durch den Triumph von Freiheit und Gerechtigkeit aus. Meiner durch seinen Scheitern. Ihr Sozialismus würde von den richtigen Leuten mit den richtigen Motiven zustande gebracht, unter den richtigen Umständen und mit der richtigen Mischung aus Theorie und Praxis. Meiner war einfach nur zum Vergessen. Aber ich wollte nicht vergessen. Nicht, dass ich so etwas wie Nostalgie empfunden hätte oder meine Kindheit verklären wollte. Es war auch nicht so, dass die Konzepte, mit denen ich aufgewachsen war, so tief in mir verwurzelt waren, dass ich mich nicht davon losmachen konnte. Doch wenn sich aus der Geschichte meiner Familie und meines Landes eine Lehre ableiten ließ, dann diese. Die Menschen machen ihre Geschichte nie unter selbstgewählten Umständen. Es ist leicht zu sagen, was ihr hattet, war nicht echt. Und den Satz dann auf Sozialismus, Liberalismus und andere komplexe Mischformen aus Ideen und Realität anzuwenden. Es entlastet uns von der Bürde der Verantwortung. Dann sind wir nicht länger Komplizen in moralischen Tragödien, die sich im Namen großer Ideen ereignen und wir müssen auch nicht mehr nachdenken, uns entschuldigen oder dazulernen. Wir lesen zusammen das Kapital, sagte ein Freund eines Tages zu mir. Wenn du bei unserer Gruppe mitmachst, kannst du was über den wirklichen, also den echten Sozialismus lernen. Ich machte mit. Die ersten Seiten des Vorworts zu lesen fühlte sich ein bisschen an, wie Französisch zu hören. Eine fremde Sprache, die ich als Kind gelernt, aber praktisch nie gesprochen hatte. Ich erinnerte mich an viele Schlüsselbegriffe. Kapitalisten, Arbeiter, Grundeigentümer, Wert, Profit. Und in meinem Kopf halten sie in der Stimme und in der vereinfachten Formulierung meiner Lehrerin Nora wieder. Aber es handelt sich um die Personen nur, schrieb Marx im Vorwort, soweit sie die Personifikation ökonomischer Kategorien sind, Träger von bestimmten Klassenverhältnissen und Interessen. Doch für mich stand hinter jeder Personifikation ökonomischer Kategorien ein Mensch aus Fleisch und Blut. Hinter dem Kapitalisten und dem Grundeigentümer sah ich meine Urgroßväter. Hinter den Arbeitern die Roma vom Hafen. Hinter den Bauern die Menschen, über die meine Großmutter abfällig sprach und mit denen sie auf die Felder geschickt wurde, während mein Großvater im Gefängnis saß. Es zu lesen und einfach weiterzumachen, wie bisher, war mir unmöglich. Meine Mutter hat Schwierigkeiten zu verstehen, warum ich Marx unterrichte, warum ich zu ihm forsche und über die Diktatur des Proletariats schreibe. Manchmal liest sie einen meiner Aufsätze und findet ihn rätselhaft. Sie hat gelernt, mit den unangenehmen Fragen der Verwandten umzugehen. Ob ich diese Ideen tatsächlich überzeugend finde oder gar umsetzbar? Wie ist das möglich? Ihre Kritik behält sie meistens für sich. Nur einmal trug sie den Kommentar eines Verwandten weiter, der gesagt hatte, mein Großvater habe nicht 15 Jahre im Gefängnis gesessen, damit ich Albanien verlasse und den Sozialismus verteidige. Wir lachten, betreten, schwiegen kurz und wechselten das Thema. Ich fühlte mich wie jemand, der in einen Mord verwickelt ist. Ganz so, als machte mich die gedankliche Nähe zu dem System, das in meiner Familie so viele Leben zerstört hatte, zu der Person, die den Abzug betätigt. Das aber war es, was meine Mutter tief im Innersten dachte, das weiß ich. Ich wollte es immer richtig stellen, aber ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte. Ich war der Meinung, dazu würde es ein ganzes Buch brauchen. Dies ist das Buch. Ursprünglich sollte es ein philosophisches Werk über deckungsgleiche Vorstellungen von Freiheit aus den beiden Traditionen sein, der Liberalen und der Sozialistischen. Aber als ich anfing zu schreiben, war es wie bei der Lektüre von Das Kapital. Aus den Ideen wurden Menschen, jene Menschen, die mich zu der Person gemacht haben, die ich bin. Sie haben einander geliebt und bekämpft und sie hatten unterschiedliche Vorstellungen von sich und von ihren Pflichten anderen gegenüber. Sie waren, wie Marx schreibt, das Geschöpf gesellschaftlicher Verhältnisse, für die sie nicht verantwortlich waren und über die sie sich dann noch erheben wollten. Sie dachten, sie hätten es geschafft. Aber als ihre Hoffnungen wahr wurden, verwandelten ihre Träume sich in Enttäuschungen. Wir lebten am selben Ort, aber in unterschiedlichen Welten. Diese Welten überschnitten sich nur kurzzeitig, aber wenn es geschah, sahen wir die Dinge mit anderen Augen. Meine Familie setzte den Sozialismus mit Verleugnung gleich. Die Verleugnung dessen, was sie sein wollten, das Recht darauf, eigene Fehler zu machen, aus ihnen zu lernen und die Welt zu ihren eigenen Bedingungen zu entdecken. Ich setzte Liberalismus mit gebrochenen Versprechen gleich, mit der Zerstörung von Solidarität, mit dem Anspruch auf vererbte Privilegien und dem bewussten Ausblenden von Ungerechtigkeit. In gewisser Hinsicht hat sich für mich ein Kreis geschlossen. Wenn man einmal erlebt hat, wie ein System sich verändert, ist es nicht so schwer zu glauben, dass es wieder passieren kann. Aus dem Kampf gegen Zynismus und politische Apathie wird, was manche vielleicht eine moralische Pflicht nennen, für mich ist es eher eine Verpflichtung, die ich jenen Menschen gegenüber verspüre, die in der Vergangenheit alles geopfert haben, eben weil sie nicht apathisch waren, weil sie nicht zynisch waren, weil sie nicht geglaubt haben, dass die Dinge sich schon irgendwie von selbst regeln, wenn man ihnen nur freien Lauf lässt. Wenn ich untätig bleibe, werden ihre Bemühungen vergeudet sein und ihr Leben sinnlos. Meine Welt ist so weit von der Freiheit entfernt, wie die, aus der meine Eltern entkommen wollten. Beide werden dem Ideal nicht gerecht, aber ihr jeweiliges Scheitern nahm konkrete Formen an und wenn wir nicht in der Lage sind, diese zu verstehen, werden wir für immer gespalten bleiben. Ich habe meine Geschichte aufgeschrieben, um zu erklären, zu schlichten und den Kampf fortzuführen. Ja, gibt es Fragen, Anmerkungen, Bedürfnis zu reden? Bitte. Eine doppelte Frage vielleicht. Ich bin fast auf Seite 61, aber wir haben ja alle schon gehört, dieses Buch liegt an der ungeheuren Erinnerungsgenauigkeit. Meine Frage wäre, wo kommt diese Genauigkeit her? Oder umgekehrt, haben Sie da auch literarische Erfindungskraft investieren müssen? Das wäre die eine und damit verbunden die Frage, was haben Sie für akademisches Schreiben aus literarischem Schreiben gelernt? So, the first question. It is a fictionalized memoir. And so, the basics are true, but not factual, or not always factual. For the first part of the book, it was much harder, because this is early childhood, and the memories were very hazy and difficult to reconstruct. And of course, the book reconstructs them in a literary way, so in a very detailed way, with expressions and moods, and tries to talk about real people as literary characters. And the method for that was to try and think about the things that really stood out for me as a child, that I really remember from very early on. For example, the death of Enver Hoca was one. And in fact, everyone in Albania of my age, who was five or six at the time in which this happened, has a very specific memory and they know exactly where they were that day, what they said. And so what I did was to try and think about episodes like that. The Coca-Cola one was another episode like that where something happened that must have been in some ways a traumatic memory for me because there's this whole story about how it endangered my parents, what I said to the neighbors about them, and so on. This is a chapter that describes how it all worked. I don't want to spoil it in case people haven't read it. but basically the device was that of thinking about these early memories and then asking people what did I say or do you remember anything more than that? And so to reconstruct the early memories. For the second half it was a little bit easier because in 1990 when things started to change in Albania, in part because I had this complete identity break where I thought I was a pioneer in this country that was committed socialist and discovered that I came from this family that was a class enemy, I think as a way of making sense of that transition I started to keep a diary and so I had very detailed entries from 1990 to 1997. I have almost daily entries of my life which is not always interesting. In fact mostly it's not interesting but some things are there by way of sort of anthropological observation or you know for example at what time you had to go back home that I was told at five o'clock it gets dark and you need to be home and of course in the diary this was all reported this is horrible I have to go home at five o'clock but then afterwards as a grown-up you kind of reflect on that and you think about why did this happen and why was I told and so there's a whole social history that can be reconstructed from these very trivial details and the part where I found where I really made a break from this literary voice and also from the perspective of the book was this chapter in 1997 which I found really difficult to write as an author with either the voice of the child or of the teenager that was growing up or with the perspective of now because when I read the diaries from that period the one thing that I remembered was that I thought things were much more you could tell the story one way and I thought there was a kind of developmental narrative somehow that things were this way and then this happened and then this happened and when I read the diary which was this war basically experience it turned out that it was not like that and in fact one of the things that I noticed now reading the reports about Ukraine and Kiev and so on which I completely acknowledge and identify with is it's very hard from the outside to understand how it is that people can still make jokes or still have a normal life in what seems like completely extraordinary circumstances because from the outsider's perspective war is an all or nothing thing it's either this way or it's not this way it's either completely life-threatening or it's not life-threatening and the one thing that I remember from having lived through this civil war in Albania is that that's exactly what it's not it's there's always an area that is safer than another area a time that it's better to go outside than another time people that it's safer to hang around with and so it's you know you have to make these nuanced decisions which I found really difficult to reconstruct in writing because it's really hard to explain to the reader how is it that one day you're completely excited thinking about you know the person you're in love with or the fact that school might open and it's all fine and the world is great and you're making jokes and the day after you're thinking I'm going to kill myself because it's so bad I don't want to be killed I rather kill myself and this just this was so hard that I had to basically put the diary in the form in which it was in the diary because I found it very difficult to to reconstruct and from the point of view of this the second question about this relationship between academic and and literary writing I found that the academic writing helped me think through concepts and sort of in some ways not get lost in details because I think it's very easy when you're writing about your own life to actually be a victim of your egoism egoism or self-centered to be really self-centered and to just kind of tell the story from the point everything you live seems interesting or you have a memory that is connected to it or you have an attachment and I found that ideas and philosophy and theory helped me because it sort of it enabled me to think what is relevant and what is not relevant here you know what why is this particular generalizable and you know why is this experience universal or what does it have to say that is not just about me and not just about my family but and but I think it also works the other way around in a way I now have an eye when I go back to academic writing for details that I didn't necessarily have when I started from the academic perspective and so I think there is this connection between the universal and the particular that works differently in academic and literary writing but I think works best when the two are combined and of course you know you don't always manage but that's the at least for me the ideal. Noch andere Fragen? Sonst würde ich mich bei Lea erstmal für das tolle Buch bedanken. Es ist ein großartiges Leseerlebnis. Ich muss das wirklich nochmal richtig bewerben. Es hat eine tolle Prosa. Es öffnet wirklich Gedankenwelt und auch eine wunderbare Perspektive. Es ist jetzt auch ganz toll übersetzt worden und ich würde mich freuen, wenn das auch viele Leserinnen und viele Leser finden. Also mich hat es unglaublich fasziniert. Vielleicht, weil es auch viele biografische Berührungspunkte gibt, aber ich glaube auch allgemein, weil das eine verallgemeinete Erfahrung ist und es werden eben nicht nur Charaktermasken beschrieben, sondern es werden wirklich Leben gezeigt und sehr anschaulich auch in so eine literarische Form gegossen und zugleich eben diese Ebene, auch sozusagen die theoretische Meta-Ebene, die immer mitwandert in dem Buch, die aber sich nicht aufdrängt und nicht explizit wird. Und ich glaube, das ist wirklich eine gelungene, sehr eindrückliche Mischung und ich wünsche dem Buch auch hier in Deutschland viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank.